Die Chobe Safari Lodge liegt unmittelbar am Ufer des Chobe und hat die bewährte Kombi aus Jeep Safari an Land und Bootstour auf dem Fluss im Angebot. War ich bisher davon ausgegangen, dass der Safari-Tourismus in Botswana exklusiv ist, so wurde ich hier eines Besseren gelernt. Es sind schon Massen, die hier durch die Natur fahren oder schippern. Doch letztlich ist das kein Wunder, denn die Natur ist wirklich wunderschön und da ist es klar, dass man nicht allein auch weiter froh ist. Also seht sehr gut! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.